Ja und, hi diho meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Diablo 4 Info-Video. Wie wir es hier im Hintergrund sehen, Quartals-Update zu Diablo 4. Ist veröffentlicht worden genau gestern, gestern Abend, um genau zu sein, ich glaube irgendwie um 10 Uhr oder so. Ich hatte es gesehen, aber hatte gestern Abend dann keine Lust mehr darüber ein Video zu machen. Aber ich habe es euch schon mal angeguckt, einverleibt und bin jetzt imstande euch das hier vorzuführen. Ja, also es werden hier drei Aspekte, beziehungsweise in diesem Update wurden zwei Themen behandelt. Da kommen wir aber gleich weiter darauf zu sprechen. Das Update an sich ist ein bisschen dürftig, finde ich. Dafür, dass das ein Quartals-Update ist, sieht für mich eher so ein bisschen aus wie hier habt ihr was, Hauptsache seid ruhig. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Wir gucken jetzt hier erstmal weiter, beziehungsweise einmal durch. Und ja, da sehen wir hier schon die Inhalte, Einführung zu den Quartals-Updates, dann Design der Benutzeroberfläche, Unterstützung von Kontrollern und Koop, sowie Monster-Familie und Design-Highlight, die Kannibalen. Hallo und herzlich willkommen im neuen Blog-Bereich der Diablo 4-Website. Ist übrigens auf der Diablo 3-Website, aber ist egal. Dann könnt ihr euch das hier herkönnt. Also die ersten fünf Passagen sind total unnütz, kann man eigentlich so total überspringen. Ähm, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Wir springen direkt mal rüber zum Design der Benutzeroberfläche, Unterstützung von Kontrollern und Koop. Für alle, die mit dem Begriff UI-Design nicht vertraut sind, unser Team ist verantwortlich dafür, Spielern die Spielsysteme zu vermitteln und ihnen alle nötigen Bedienmöglichkeiten zu liefern, um diese Systeme zu nutzen. Unser Fokus liegt also darauf, Spielern dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei müssen wir ihnen immer die Vision des Spiels vor Augen behalten. Dabei müssen wir immer die Vision des Spiels vor Augen behalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Benutzeroberfläche klar verständlich ist. Benutzeroberfläche, Klammern, UI. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, müssen wir dadurch regelmäßig Änderungen an unserer Benutzeroberfläche durchführen. Wenn sich die Systeme ändern, ändert sich auch die Benutzeroberfläche, was wiederum dazu führen kann, dass sich die Ziele der Spieler ändern. Da muss die Benutzeroberfläche auf eine Art und Weise angepasst werden, die unserer visuellen Sprache im gesamten Spiel entspricht. Aus diesem Grund ist das Aufpolieren der visuellen Darstellung eines der letzten Dinge, auf die wir uns konzentrieren. Bitte behaltet das im Hinterkopf, während wir euch einige Ausschnitte unserer bisherigen Arbeit zeigen und erklären. Aber wir freuen uns immer über eure Meinung. Meinungen sind hier in dem Thread bzw. in dem Blog-Antrag nicht möglich, aufgrund der DSGVO, wie heißt das, ich gehe mal ganz kurz runter, DSGVO, so rum, wurden die Kommentare komplett deaktiviert. So, ob das tatsächlich nur daran liegt, man weiß es nicht, man muss gut. Feedback zur BlizzCon-Demo. Die BlizzCon-Demo liegt schon ein paar Monate zurück, weil letztes Jahr im November, findet übrigens immer im November statt, für die Leute, die es nicht wissen. Aber wir wollten uns einen Moment Zeit nehmen, um auf das Feedback zur Benutzeroberfläche einzugehen, das wir nach der Demo und den Ankündigungsvideos erhalten haben. Inventar. Hammer. Das nehme ich schon mal vorweg. Hammer. Finde ich sehr gut. Passt auf. Wir haben viel Feedback zum Inventar gesehen. Entweder zur Farbgebung, zu Stil und Größe der Gegenstandssymbole oder zu allgemein Ästhetik. Wir wollen vermeiden, dass das Gameplay durch die Inventarverwaltung unterbrochen wird. Aus diesem Grund haben wir geplant, dass alle Gegenstände im Inventar keine unterschiedlichen Größen mehr haben werden. Yes. Sauber. Die anderen Punkte haben wir uns allerdings aus verschiedenen Blickwinkeln vorgenommen. Mit den Gegenstandssymbolen haben wir anfangs einen gemalten Stil verfolgt, um sie insgesamt der künstlerischen Ausrichtung des Spiels anzupassen. Wir finden aber, dass dieses Stil nicht so gut funktioniert, wenn es an kleine Elemente der Benutzeroberfläche geht. Wir gehen jetzt einem anderen Ansatz nach, der sich direkter auf die 3D-Modelle stützt und ihnen eine natürliche Textur und Realismus verleiht. Das ist das Bild dazu. Finde ich allerdings auch noch sehr, sehr gemalt. Entweder ist das noch dieses künstlerische Bild oder das... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon ins 3D geht, weil für mich sieht das echt so ein bisschen noch zu sehr gemalt aus. Würde ich jetzt aber nicht schlimm finden, ehrlich gesagt. Also würde mich persönlich jetzt nicht stören. Finde ich sogar ansprechend. Außerdem haben wir die Helligkeit und Sättigung der Symbolhintergründe verringert und mit der Rahmenverzierung zusätzliche visuelle Signale für die Seltenheit eingefügt. Auf diese Weise haben wir die Indikatoren für die Seltenheit optisch subtiler, aber insgesamt hoffentlich zugänglicher gemacht. Wir haben auch allgemeines Feedback zum Inventar erhalten, aber aufgrund unserer eigenen Beobachtung konnten wir erahnen, worauf die Leute reagierten. Wir haben die Anordnung des Inventars an ein hoffentlich ausgewogeneres Design angepasst und schauen uns insgesamt die Farbverteilung und Kontraststufen einzelner Teile der Modusoberfläche genauer an. Und da ist das, was ich persönlich sehr, sehr, sehr stark feiere. Wir haben hier Equipment als Extraslot. Wir haben Consumables, also Tränke etc. pp. als Extraslot. Quest und Materials. Hammer. Hätte ich mir sehr, sehr gern auch bei Diablo 3 gewünscht. Beispielsweise bei Diablo wurde es dann ja mit einem der letzten Updates dann auch hinzugefügt. Mit einem der letzten, ich weiß gar nicht, mit welchem Patch kam das dazu? Keine Ahnung. Bin nicht überfragt. 2, 3, 2, 4. Ist ja auch egal. Aber auch hier bei Diablo 3 war es sehr, sehr lange der Fall, dass alles an Materialien, alles was gefunden und aufgenommen werden konnte, wurde alles ins Inventar geballert. Das hat einfach zur Folge gehabt, dass alles sehr, sehr unübersichtlich war. Und man hat sich wirklich gewünscht, boah, scheiße, sortiert das auch aus? Pack die Games irgendwie extra in der Liste? Pack die Materials in der extra Liste und fertig. Dieses Feedback hat man sich jetzt hier tatsächlich angenommen. Finde ich mega. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was mir ein bisschen missfällt oder nicht so sehr gefällt, ist die Aufteilung der Items. Also wir sehen jetzt hier von oben nach unten Kopf, Brust, Armschinen, Hose, Schuhe und eine Waffe. Ähm, das fand ich bei Diablo 3 natürlich ansprechender, aber gut, das ist hier eine, es ist eine, äh, Work in Progress Version. Also das wird wahrscheinlich noch geändert. Fällt mir jetzt hier einfach mal so auf. Gefällt mir nicht so. Was ich allerdings sehr, sehr geil finde, sind die wesentlichen und wichtigen Stats direkt im Inventarmenü. Das heißt, wir brauchen nicht erst auf Details gehen oder so. Ähm, haben hier Attack, Defense, Life, äh, dann die Engelspower, Dämonpower und die, äh, was, Ancestrales? Was war das? Ura, Uralte Power, irgendwie sowas, ne? Äh, finde ich sehr cool. Dann sehen wir hier noch Gold, 28.000 Gold. Ähm, finde ich auch sehr gut. Auch hier haben wir direkt das, äh, mit Verknüpft Skills und Talente. Also auch hier braucht man nicht unbedingt immer, äh, extra verschiedene Menüs aufmachen, sondern haben quasi ein Allround-Menü. Finde ich ganz gut, aber natürlich Skills und Talents werden wahrscheinlich auch mit Shortcut nochmal extra aufgerufen werden können, falls es schnell gehen muss. Wir hoffen so unserem Ziel einer düsteren und realistischen Benutzeroberfläche näher zu kommen, ohne dass dabei die Benutzerfreundlichkeit auf der Strecke bleibt. Da der Inventarbildschirm der Teil der Oberfläche ist, mit dem unsere Spieler wahrscheinlich am meisten interagieren werden, freuen wir uns sehr über euer Feedback zu diesem Thema. Neubelegung des Linksklicks. Finde ich gut, dass Blizzard sich das angenommen hat. Eine überraschend hohe Anzahl an Spielern hat um die Option gebeten, ihre Primärfähigkeit an irgendetwas anderes als die linke Maustasse zu binden, um Bewegung und Angriff getrennt zu halten. Das ist ja so ein Thema, viele Builds waren ja so, wie es bei Blizzard eigentlich geplant war, mit der Standardbelegung gar nicht ausführbar, gar nicht möglich. Da muss man einfach den Linksklick auf andere Sachen proggen oder andere Sachen belegen und nicht auf den Primärangriff. Ich glaube, 80% aller Builds nutzt das. Finde ich durchaus sinnvoll, dass das direkt von vorne weg bedacht wurde. Mehr Flexibilität bei der Tastenbelegung stand schon eine ganze Weile auf unserer Liste und das Feedback zur Demo hat uns bestätigt, dass es sich dabei um ein Anpassungsfeature handelt, dass Spieler wirklich wollen. Zusätzlich dazu, dass Spieler jetzt von Anfang an die Möglichkeit haben, jede Fertigkeit einen beliebigen Platz zuzuweisen, kann jetzt auch die Tastenbelegung aller Fertigkeitsplätze angepasst werden. Wir haben außerdem vor, die Neubelegung von Fertigkeiten auch für Controler zu unterstützen. Und das ist natürlich ein Punkt, ich glaube, das werden viele, viele Leute hart feiern. Blizzard sagt aber auch, sie arbeiten parallel, ich glaube, das kommt gleich noch, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber sie arbeiten parallel an der PC sowie schon an der Konsolenversion. Also beides zeitgleich. Dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, dass sie die Controlleroptimierung für die Konsole auch mit auf den PC transferieren. Haben sich ja viele Leute gewünscht. Muss man einfach mal so hervorheben. Die Aktionsleiste in der linken oberen Ecke. Das persönlich finde ich jetzt nicht so ansprechend, wobei hier geht es noch, da das UI doch sehr, sehr groß ausfällt. Also die Mana-Kugel, HP-Kugel und gut, das ist ein Rock'n'Progress. Also das wird sich nochmal ändern, Layout-mäßig. Das sieht jetzt so nach 0815 aus, wie ich finde. Aber da brauchen wir jetzt noch nichts drauf geben. Worauf ich hinaus will, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich lese mal ganz kurz weiter. Wir haben viele Änderungen an diesem Teil der Benutzeroberfläche durchgeführt. Die Anordnung in der linken Ecke ist entstanden, weil wir versucht haben, den zentralen Kampfbereich und den unteren Teil des Bildschirms freizuhalten, indem die isometrische Kamera bereits weniger sieht. Aber aufgrund der Ergebnisse von Tests zur Benutzerfreundlichkeit, des Feedbacks des Teams und des Feedbacks zur Demo, werden wir die Standardposition der Aktionsleiste jetzt für PC-Spieler zurück in die Mitte des unteren Bildschirms rands verschieben. Das sehen wir hier dann nochmal ganz kurz. Hier ist noch ein Gift dabei. Und da sieht man auch ganz gut, worauf ich gleich hinaus möchte. Und zwar einfach dieses Eye-Tracking. Das heißt, wo gucken wir als Spieler hin? Oder anders, was für Infos musst du auf dem Bildschirm im Auge behalten? Das sind natürlich bei Diablo ganz klar Monster. Was hast du gerade im Kampf zu tun? Wo liegt der Drop? Oder was wurde gedroppt? Tod durch Gear? Wer kennt das nicht? Und Skills. Wo liegen die Cooldowns? Das ist hier meiner Meinung nach wesentlich besser, wenn man diesen unteren Bereich nimmt. Ich scroll mal ganz kurz weiter. Hier, diesen. Wenn das hier quasi in der Mitte ist, das UI. Heißt einfach, wir haben vom Auge, vom Mittelpunkt des Bildschirms einen wesentlich kürzeren Weg mit dem Auge zum unteren UI-Bereich. Anstatt wenn wir unten links in die Ecke klatschen. Weißt du? Von unten mittig ist ja egal, wo du gerade auf dem Bildschirm bist mit deinen Augen, ist das der kürzeste Weg. Links allerdings nicht. Das heißt, wenn du irgendwo rechts gerade am Fighten bist, rechts der Loot quasi droppt, musst du trotzdem mal links schauen, um zu gucken, okay, gehe ich gerade den Bach runter, sterbe ich gerade oder wo sind meine Cooldowns gerade? Deswegen, ich finde es gut, dass Blizzard da wirklich die Möglichkeit bietet, dass man das in die Mitte setzen kann oder links in die Ecke. Finde ich super, muss ich echt sagen. Aber das ist noch nicht alles. Die bevorzugte Position verschiebt sich zur linken Ecke, wenn Spieler weiter vom Bildschirm entfernt sind. Das ist angesichts des veränderten Blickwinkels nicht überraschend. Das Diagramm zur Veranschaulichung unten ist nicht maßstabgetreu. Es bedeutet aber auch, dass die mittige Konfiguration nicht für alle PC-Spieler die beste ist, da wir auch ControWaller unterstützen. Dementsprechend werden wir auf Konsolen nur die Anordnung in der Ecke beibehalten, für PC aber sowohl die Positionierung links als auch in der Mitte anbieten. Das heißt, das könnt ihr für euch individuell entscheiden. So, da sehen wir nochmal ganz gut schönes Bild, worauf ich da hinaus wollte. Unterstützung von ControWallern für PC. Das ist das erste Mal, dass ein Diablo-Spiel gleichzeitig für PC und Konsolen entwickelt wird. Die Entscheidung, ControWaller auch für PC zu unterstützen, stellt für uns allerdings den größten Paradigmenwechsel dar. Wir wollten Spielern die Möglichkeit geben, frei zwischen den beiden Optionen hin und her zu wechseln. Also musste unsere Benutzeroberfläche so vereinheitlicht werden, dass der spontane Wechselspieler nicht komplett aus der Bahn werfen würde. Eine einheitliche Benutzeroberfläche bedeutet, dass unsere Layouts mehr in einem Raster ausgerichtet sind, um die Navigation zu erleichtern. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Interaktion damit identisch abläuft. Dann haben wir hier nochmal ein schönes Gift dazu. Dann haben wir wahrscheinlich für die Konsolen-Version. Ach genau, die Controller-Version und Maus-Version sehe ich gerade. Oben links in der Ecke sehen wir das von dem jeweiligen Bild. Ähm, finde ich doch sehr intuitiv. Sowohl mit Maus als auch mit Controller, muss ich sagen. Doch, gefällt mir. Nice. Wir verfolgen den Ansatz, die etablierten Maus- und Tastekonventionen beizubehalten und gleichzeitig im gesamten Spiel von Controller-freundlichen Bedienmöglichkeiten oder alternative Eingabeoptionen zu sorgen. Die Unterstützung von Controllern sollte keine Einschränkung für die Komplexität des Spiels sein. Es bedeutet einfach nur, dass wir mehr Faktoren berücksichtigen müssen. Es ist kein einfaches Unterfangen, aber wir wollen, dass sich beide Eingabe Option intuitiv anfühlen. Und so wie ich das jetzt hier sehe, finde ich sehr gut. Sehr gut umgesetzt. Da wurde sich auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht. Benutzeroberfläche für Couch-Koop. Und das ist ein Feature, das haben sich viele, viele Leute gewünscht. Viele Leute haben gedacht, okay, Diablo 4 geht so ein bisschen in Richtung MMO. Wie sieht es da mit Koop aus? Wird wahrscheinlich nicht kommen. Und auch hier bin ich positiv überrascht. Wir wissen, dass der Couch-Koop-Modus in Rippers of Souls vielen Spielern gefallen hat. Der häufigste Grund für Beschwerden war, dass man nichts tun konnte, während einer der lokalen Spieler ein Fenster in der Benutzeroberfläche offen hatte. Ja, ist tatsächlich so. Für die Leute, die die Konsolenversion von Diablo 3 nicht kennen, es ist so, man hat sich den Bildschirm geteilt. Das heißt, alle Charaktere waren auf einem Bildschirm zu sehen, nicht über Splitscreen, sondern wirklich alle zusammen. Und sobald einer das Inventar geöffnet hat, um zu skillen, um Items zu prüfen, etc. pp., konnten andere Spieler nichts machen. Das heißt, man musste wirklich warten. Bei zwei Spielern geht das noch. Wenn du allerdings vier Spieler in der Party hast, wird das schon sehr, sehr nervig. Gerade wenn du gerade Elite-Pack oder einen Boss gelegt hast, konntest du eigentlich erstmal schön auf den Klo gehen, dir einen Kaffee kochen, noch einen Döner holen, bis du mal dran warst, deinen Loot zu analysieren, was du bekommen hast. Also das finde ich super, dass das geändert wird. Wo waren wir stehen geblieben? Als früh in der Entwicklung das Thema Couch-Koop auftauchte, haben wir uns angeschaut, mit wie vielen Leuten dieses Feature Diablo 3 verwendet wird. Eine überwältigende Mehrheit nutzt die Variante mit zwei Spielern. Für Diablo 4 haben wir uns entschieden, uns auf die Verbesserung des bevorzugten Couch-Modus für zwei Spieler zu konzentrieren und die wichtigsten Fenster der Benutzeroberfläche so einzurichten, dass sie unabhängig voneinander oder gleichzeitig geöffnet werden können. Also auch hier, es wird so beibehalten, man hat nicht diesen, wie er aus vielen Spielen bekannt ist, Split-Screen, das heißt in der Mitte oder vertikal-horizontal ist einfach ein Cut, sondern man hat auch hier wieder alle Spieler, alle Mitspieler auf einem Bildschirm. Wir führen regelmäßig Anpassungen an dieser Benutzeroberfläche durch. Die Benutzerfreundlichkeit hat dabei Vorrang vor der grafischen Darstellung. Aber wir freuen uns trotzdem an jedem Punkt des Prozesses über eure Eindrücke. Jeder geht mit anderen Erfahrungen an das Spiel heran und hat dementsprechend auch andere Erwartungen, wie die Dinge aussehen oder funktionieren sollten. Und es ist immer interessant, diese Perspektive zu hören. Wunderschönen Ausdruck. Vielen Dank fürs Lesen. Dann haben wir jetzt hier noch den Punkt Monster-Familie. Da gehe ich mal ganz kurz rein. Finde ich sehr, sehr cool animiert und ich war gestern mal überlegen, ist das jetzt eine Cutscene oder ist das tatsächlich die Ingame-Grafik? Also es sieht erst, erst mal sieht es vorgerendert aus. Jetzt zoomen die allerdings gleich raus und da muss ich dann sagen, das ist die Ingame-Grafik. Das heißt, das ist tatsächlich derzeit die Grafik von diesem Spiel und das sieht Hammer aus. Also das sieht wirklich einfach nur pornös aus. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Da seht das. Das heißt, nichts gerendert oder so, nicht irgendwie schön mit dem Movie-Studio, mit Photoshop, nochmal schön retuschiert, sondern das ist tatsächlich Ingame-Grafik. Finde ich mega. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Entspricht auch einfach dem Zahn der Zeit. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Muss ich echt sagen. Bisschen was düsteres an Hintergrundmusik hier? Ja, das war das. So, wenn ihr auf der BlizzCon die Gelegenheit hattet, unseren Podiumsvortrag Welt und Geschichte zu verfolgen, dann habt ihr dort erfahren, dass Monster in Diablo 4 in Familien eingestuft werden. Bei unseren verschiedenen Podiumsvorträgen haben wir unterschiedliche Monster-Familien vorgestellt, wie etwa die Gefallenen, die Sanctuaryo erneut heimsuchen und die Ertrunkenen, eine brandneue Bedrohung für die Küsten dieser Welt. Küsten dieser Welt. Wir haben ihre Geschichte angesprochen, ihre Kampffertigkeiten, die Regionen, in denen sie leben und die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren. Jetzt möchten wir mit euch einen Blick in eine weitere neue Familie werfen, die Kannibalen. Was ist eine Monster-Familie und warum spielt das eine Rolle? Bevor wir uns die genauen Mechaniken der Kannibalien-Familie näher ansehen, wollen wir kurz über unsere Design-Philosophie für Monster sprechen. Im Bestarium von Diablo 3 haben wir Monster zu breit angelegten Kategorien wie Dämonen, Unheilige, Untote, Humanoide oder Wildtiere zusammengefasst. Diese Monster dienen als Anker für die Geschichte, in dem sie zur Kulisse und der Grundstimmung beitrugen, wodurch sich das Spiel vollständig anfühlte. In Diablo 4 fordert die weitläufige und nahtlose Welt, die wir erschaffen haben, eine etwas andere Herangehensweise an den Aufbau der Welt und der Geschichten. Sanctuaryo muss mit einem lebendigen, atmenden Charakter erschaffen werden, vor allem durch die Kreaturen, die in dieser Welt leben. Unsere Landschaften erstreckten sich von malerischen Klippen an der Küste bis hin zum klaffenden Schlund der Hölle selbst. Was bedeutet also das für's Pestarium? Nun, um diese Gebiete zu bevölkern und sicherzustellen, dass sie sich wirklich echt anfühlen, brauchen wir auf jeden Fall mehr friedliche Wildtiere als noch in Diablo 3. Aber keine Sorge, es gibt immer noch jede Menge Monster zu bekämpfen. Jedes Monster wurde neu gestaltet, allerdings mit einem dunkleren, härteren Kunststil. Jede Kreatur, der ihr begegnet, wurde in liebevoller Handarbeit von Grund auf neu erstellt. Dazu gehören Dämonen, NSCs, ach NPCs, also nicht, auf Deutsch Nichtspieler, Nichtspielercharaktere oder Non-Player-Characters, auf Englisch glaube, Endboss und sogar die herumwuselnden Kleintiere, die ihr unter eurem Stiefel zerquetschen könnt. Hehe, sehr nice. Auch wenn wir einige wohlbekannte Gameplay-Elemente beibehalten, wie etwa die Schamanen der Gefallenen, die anderen Gefallenen wiederbeleben, haben wir doch vieles komplett nur überarbeitet. Die müssen aber auch, die haben bisher, die waren in jeden Diablo-Teile drin, die war klar, dass die wieder dazukommen. Es würde was fehlen, wenn es nicht so wäre. Okay, das sieht schön aus. Kenne ich normalerweise nur von TLC, die Leute, die daran Kilogramm wiegen, die sehen ähnlich aus. Aber gut, überspringen wir das mal. Damit sich diese Kreaturen differenzierter und robuster anfühlen, haben wir sie in sogenannten Monster-Familien und Archetypen unterteilt. Jede Familie hat einen anderen Kampfstil und ein eigenes Spielgefühl. Zum Beispiel hat die Familie der ertrunkenen fünf Mitglieder mit verschiedenen Archetypen Raufbold, Fernkämpfer, Nahkämpfer, Schwärmer und Dungeon-Boss. Da würde sich doch super noch die Wrong-Turn-Neighborhood einreihen, oder? Ganz ehrlich, die würden super dazu passen. Jeder Archetyp spielt den Kampf eine andere Rolle. Schwärmer greifen in Gruppen an, wodurch sie die Angriffe mit Flächenscham besonders zufriedenstellen anfühlen. Raufbolde sind größere Monster mit viel Leben, wodurch sich Fertigkeiten gut anfühlen, die regelmäßigen Schaden verursachen. Nahkampfeinheiten fungieren als Schilde, indem sie Geschosse abfangen, die für Fernkampfgegner bestimmt waren. Solche Situationen bieten Spielern interessante Probleme bei der Positionierung, wenn sie sich auf Fernkampfeinheiten konzentrieren wollen. Fickt man all diese Elemente zusammen, verläuft jeder Kampf mit den Ertrunkenen im Hinblick auf die Positionierung und auf die Angriffswahl ein wenig anders. Diese reichhaltigen und vielfältigen Kampferfahrungen sind die Stärke einer Monster-Familie. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Hier sehen wir im Bild nochmal so ein bisschen die Richtung vom, das wird, äh, Aufstellung der Kannibalen-Familie. Sie für mich ein, ey, ich hätte gesagt, das ist ein Charakter von Diablo, ganz ehrlich. Also ein Spieler, weißt du, eine Klasse, die ihr euch auswählen könnt und dann je nach Skillung passt ihr euch an. Aber nein, das ist die Kannibalen-Familie. Leichen, die über und über mit Bissspuren übersät sind. Zersplitterte Knochen, aus denen das Mark zerkratzt wurde. Abgeschnittene Zungen und ausgestochene Augen. Das sind die blutigen Spuren, die die Kannibalen hinterlassen, wenn sie überhaupt etwas hinterlassen. Niemand weiß genau, wer sie kommen, manchen Legenden zufolge waren sie einst ein Stamm von Barbaren, okay, das passt, der vor vielen Jahren vom Ariad verbannt wurde. Ob ihr Kannibalismus der Grund für ihr Exil war oder ob er sich erst danach aus der Verzweiflung heraus entwickelt hat, ist ungewiss. Die Ausgestoßenen trugen ihren endlosen Hunger in die Trockensteppe und breiteten sich von dort aus in die entferntesten Winkel der Welt aus, um einsame Karawanen und ahnungslose Dörfer zu überfallen. Auch hier nochmal ganz kurz eingeworfen, Diablo 4 soll mehrere hundert Dörfer beziehungsweise Städte haben, also mehrere hundert Locations. Hammer geil. Bitte, Blizzard, wenn ihr noch in der Entwicklung seid, tut wieder was für den Entdecker, Geist, tut was für den Abenteurer. Ich liebe es, auf Open World Maps herumzuschlendern und mich von diesen Main-Quests ableiten zu lassen zu Side-Quests und oh, guck mal in eine Höhle, was könnte da drin sein? Oh fuck, wo geht's denn da hin? Also ich liebe das. Ich liebe das zum Beispiel bei Final Fantasy 7, 8, 9. Alter, allein da, in dieser Weltentdeckung habe ich Tage, Wochen, Monate lang gesessen, ohne mich wirklich dem zu widmen, was eigentlich geplant war, der Main-Quest. Wenn Blizzard es schafft, das einzufügen, dass man als Entdecker wirklich das Gefühl hat, mich erwartet um diese Ecke, wenn ich da lang gehe, etwas ganz Besonderes und diese Sachen dann auch belohnt werden durch Loot, durch Quests, durch Events, etc. Dann hat Blizzard hier wirklich einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Vorteil zu anderen Titeln, wie zum Beispiel die harte Konkurrenz Path of Exile, wo ja auch Path of Exile 2 in Entwicklung ist. Da muss ich echt sagen, das wäre ein Merkmal, das würde er rausstechen. Das würde ich mir auch wünschen, denn da gab es in diese Richtung schon lange, lange kein gescheites Spiel mehr. War ja Wolfen mein großer Favorit, aber da auch wurde sich ja anders entschieden, in Richtung lineale Bereiche. Die wenigen, die eine Begegnung mit diesen Schlechtern überlebt haben, erzählen alle die gleiche Geschichte. Sie erzählen von dem irren Feuer, das in den Augen aller Kannibalen lodert und davon, wie das fleischige Opfer in der Schlacht ganz kurz hier die Musik ändern. Ich hab so ein Einheitsplaylist, weißt du? Das lassen wir mal drin. So, wie das fleischige Opfer in der Schlacht ihren Hunger nur noch weiter schürt. Flüsternd berichten sie von den armen Seelen, die bei den Angriffen verschont blieben, nur um die Vieh fortgeschleppt zu werden und den Räubern bis zur nächsten Jagd als Nahrung zu dienen. Und dann verstummen sie. Ihr Schweigen erzählt eine eigene Geschichte. Manchmal ist es besser zu sterben als zu überleben und sich zu erinnern. Ein Kampf ums Überleben. Jetzt, da wir euch etwas über die Geschichte dieser Familie erzählt haben, können wir einen Blick darauf werfen, wie wir sie einsetzen, um ein zusammenhängendes Erzählerlebnis zu erschaffen und gleichzeitig die aufregenden Kämpfe zu gewährleisten, die von allen Hack'n'Slay-Action-RPG erwartet werden. Was bedeutet das also für das Kampfsystem, Kampfdesign und der Kannibalen? Was bedeutet das also für das Kampfsystem der Kannibalen? So. Wie können wir ihre Geschichte im Kampf vermitteln? Wir verfolgen dabei mehrere Ansätze. Die Kannibalen-Familie hat vier Mitglieder. Sie alle haben ihre eigenen einzigartigen Waffen und eine deutlich andere Gestalt oder Haltung, die sie voneinander unterscheidet. Es gibt zwei Standard-Nahkämpfer. Einer ist von einem zweihändig geführten Großschwert bewaffnet und führt in einem weiten Bogen vor sich einen langsamen Angriff aus. Der andere führt eine leichte Hellebarde, Hellebarde, ich glaube, das spricht man so aus, die es ihm ermöglicht, aus großer Entfernung auf Spieler zuzuspringen und sie mit einem verheerenden Angriff zu überwältigen. Sehen wir noch ein schönes Gift dazu. Der Raufboll verwendet in jeder Hand einen stachelbewehrten Knüppel, um hälftige Schläge auszuteilen. Die unaufmerksamen Spieler betäuben. Im Gegensatz dazu können die Schwärmen mit ihren Beinen ein Hand-Exten einen tödlichen Schlagkackel einfesseln, der mal schnell ausweichen sollte. Allerdings entscheidet ein solcher Angriff weniger binär über den Erfolg oder Misserfolg als der Betäubungsangriff des Raufbolls. Wenn ein Spieler von Schwärmen umgeben ist, die ihren Schlagkackel einsetzen, würde ein Treffer mit dem Betäubungsschlag des Raufbolls jede Flucht unmöglich machen. Solche Kombinationen von Angriffen machen diese Familie so tödlich. Also auch hier bin ich gespannt in welche Richtung das geht. Ist das eher so ein Standard-Mob? Ein Standard-Gegner, den man echt relativ schnell umklatscht oder ist das wirklich schon so eine Art Miniboss, wo die Familie so eine Herausforderung bietet? Also das kann man jetzt hier noch nicht ganz so rauslesen. Das klingt auf jeden Fall irgendwie schon sehr, sehr hardcore, muss ich sagen. Archetyp. Wir haben vorhin bereits erklärt, dass unterschiedliche Monster Archetypen bei einer Begegnung unterschiedliche Rollen erfüllen. Zum Beispiel müssen Spieler lernen, wie sie feindliche Nahkampfangreifer in eine günstige Position bringen, um mit gut gezielten Flächenschaden auch deren verbündeten Fernkämpfer zu erwischen. Das sorgt für interessante, spontane Entscheidungen und der Fahrradspieler können die optimale Positionierung für diese Angriffe sehr steil erkennen. Es ist beabsichtigt, dass die Kannibale-Familie keine Fernkampfeinheit hat. Stattdessen springen sie den Spieler mit übernatürlicher Schnelligkeit an. Manche können die Distanz überbrücken, indem sie über Hindernisse und Konkurrenten hinweg springen. Alter, geil. Während andere schnell und geschickt an anderen Monstern vorbei manövrieren, um das erste Blut zu vergießen. Stell ich mir sehr, sehr, sehr geil vor, muss ich sagen. Bis dato ist ja bei Diablo 3 zum Beispiel, du hast eine Horde an Monstern, sie alle laufen quasi zu Punkt X, Punkt X ist in dem Fall Spieler A und alle laufen in die gleiche Richtung ineinander vorbei quasi, also ineinander rein, so rum, nicht vorbei. Es wäre schon pondeus, muss ich echt sagen, wenn die ganzen Gegner, hier ist Spieler A, da sind die Gegner, quasi um sich herum sich bewegen. Also nicht ineinander als Masse quasi arbeiten, sondern wirklich jeder individuell seinen eigenen Platz benötigt und dann auf die Spieler zugeht. Das Ganze weg, glaube ich, auch ein ganz, ganz anderes Spielgefühl. Bin ich sehr fest von überzeugt. Manche können die Distanz überbrücken, indem sie über Hindernisse und Konkurrenten hinwegspringen, während andere schnell und geschickt an andere Monstern vorbei manipulieren, um das erste Blut zu vergießen. Das ist eine ganz andere Spielerfahrung, die Wertspielern weniger Zeit, um durchdachte Positionierungsentscheidungen zu treffen. So gewinnt der Kampf mit diesem Fleischfressern ein fieberhaftes Tempo. Das war schon alles für heute. Danke, dass ihr ein Weilchen geblieben seid und zugehört habt. Ja, also ein Blogeintrag mit relativ wenig Neuerungen oder relativ wenig ich sage mal spielebasierenden Elementen. Sondern es wurde jetzt hier das UI quasi sehr, sehr stark mal in die Lupe genommen, sowie auch die Kannibalenfamilie beziehungsweise so ein bisschen die Familiengeschichte. Das war es dann aber schon. Also alles in allem schön. Alles in allem finde ich aber könnte sowas auch jeden Monat kommen, nicht vierteljährlich, weil vierteljährlich dafür war mir das ja zu wenig Inhalt, zu viele Neuerungen. Da habe ich mir jetzt persönlich mehr erhofft. Aber gut, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer ist ein bisschen länger geworden das Video, tut mir leid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und vielleicht über ein Abo. Wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Stream. Verpasst auf jeden Fall nicht die alten Parts von Diablo 4. Und die Leute, die jetzt als Kommentar schreiben, ey, warum liest du einen Blogeintrag vor, haben sich viele Leute gewünscht aber als Hörspiel beziehungsweise als Podcast, um sich das dann auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einschlafen anzuhören. Von daher, gebt euch wohl guten Loot. Bis dahin. Adios, meine Hübschen.